Hallo liebe Eisenvogelfreunde. Hallo. Ja, unser Osterspecial musste leider ausfallen. Wir könnten keine Eier ausblasen. Ja, wegen Wetterbedingungen habt ihr ja wahrscheinlich selber gesehen. Wir werden da aber bei einigermaßen Wetter hoffentlich was nachreichen. Mal gucken. Heute haben wir jedenfalls einen Special Eisenvogel demotiviert. Wir haben hier einen roten Kocher. In den roten Kocher sind rote Säge. Lochsägen drin. Zentrioro sind mit dabei. Posi schneidet sich gerne in den Finger. Wir haben hier einen Ausdrücker. Der drückt den Gern raus. Raus drückt den Gern. Raus den Gern. Boah. Wir packen ihn jetzt wieder hier. Nein. Glutschieflutsch. Schöner Koffer. So, jetzt haben wir mal Spaß beiseite. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen mit Elan drangehen. Schaut euch dieses Video einfach in doppelter Geschwindigkeit ein. Dieser Kasten ist bei uns lagermäßig, Freunde. Danke fürs Zusehen. Au, 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 au.